Willkommen zum 10-Abonnenten-Special. Viele von euch haben es sich gewünscht und da ist es jetzt. 10-Abonnenten-Special mit 2 Chroma-2-Kisten. Warte, wie viele Abonnenten sind es jetzt schon wieder? 11-Abonnenten-Special. Schaut jetzt mal, wieviel ein guter Schlüssel kostet. Aber ich denke, ich habe alles raus. Aber warum hast du die Kies gönnen? Ah ja, wieso konnte ich mir den Kies gönnen? Weil du ihn nimmst. Also, wir haben vorher einmal gespielt. Ehm... Irgendein Köttelmäher. Ah, Office. Jetzt haben wir gespielt, genau. Haben wir gespielt. Und am Ende der Runde bin ich hier Rand 2 geworden. Von dieser Operation Köttel-Schnurren. Und dann kommt mir immer so ein Köttel über. Und dann habe ich hier so einen Skin bekommen, welchen 10 Euro gekostet hat. Ich habe gedacht, ich zahle mir was aus. Also, die erste Kiste. Chroma-2. Gut, wäre natürlich hier ein Knife, oder? Würden wir nicht Nein sagen. Man sagt nie Nein zu einem Knife. Hier natürlich. Ich würde zu nichts Nein sagen, ausser zu einer MP7. der olhos machen. Und dieser hat einen Blau-Krettel. Und der möchte ich nicht. Also gut. 3-2-1... Ding. 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 CZ75 Auto Poland Position In einer, ich glaube nicht ganz so guten Qualität CZ75 Du Lappe 75 ge sand Gut, also in Einsatzabprobt also warte Wieviel ist sie denn wert? 31. 3 Cent würde ich jetzt mal tippen. Okay, gut. Und was vielleicht auch noch lustig ist zum sagen, dass Silas und Defyden so Scheiss-Skins bekommen, etwa Wert 50 Cent oder so. Ja, finde ich cool. Heute muss ich sagen, ist ein bitterer Tag gewesen. Ich habe noch nie gesehen, wie ein richtig harter Scheiss-Drop geworden ist. Aber heute habe ich gerade zwei Sachen gesehen. Genau. Vini, Leo, AWP 10 Euro und dann noch eine Masterpiece, die von gegeben worden ist an irgendeinen russischen Lappen. 200 Euro. Hacker, es ist ein Hacker. Es ist gerade ein Monatslohn für den Russen. Ja, es ist echt. Mit dem können sie ein paar Schulen bauen, das findet ihr echt geil. Ein paar Schulen. Aber die bauen keine Schulen, sie investieren zum CSG, holen das Geld. Ja, eben mit dem kann sie den Hacker noch etwa 10 mal das Spiel kaufen. Das ist geil. Jetzt mal die zwei Kisten. Geil, also gut. Die zwei Kisten. Drei, zwei, eins. Und das ist. Du kannst es kniffen. Es kniffen. Leider nicht. Nein, das könnte. Desa, Bronze, Deco. Sag ich auch nicht nein. Da kann man echt nicht nein sagen. Komm, mach noch den Rift. Du hast noch keine Parra, oder? Nein, nein, den habe ich dann beim 1000 Abonnenten Special. Nein, hau es jetzt raus. Nein, ich hau es jetzt nicht mehr raus. Also gut. Für die Abonnenten. Das kannst du doch nicht enttäuschen. 20 Cent. Das kannst du doch nicht enttäuschen. Also gut. Was soll das? Das war es vom 10,11 Abonnenten Special. Zwei Kisten. So ein Scheiss. Ich habe viele Parra rausgehauen. Du bist ein Fotzer. Der Fidi möchtest vielleicht auch noch ein paar rausgehauen. Du hast keine Cent davon ausgegeben. Doch. Es ist kein Case Opening, wenn es nur mindestens drei Kisten sind. Also. Gut. Aber du musst ja... Ich hau einen Normal-Line raus. Was für eine Kiste? Aber nicht Komma 2. Was für eine Kiste? Bravo. Ich bin immer noch Bravo, Alter. Was hast du denn du gerade im Inventar? Gar keine. Bravo bist du voll zu behindert. Ja, der Kaffee. Der Kaffee. Der Kaffee. Phönix. Komm. Ja, hat sie. Er ist schon. So. 5 Cent. 5 Cent. Ganz less. So. Gönnen wir uns noch. Wenn wir das Parra geschenkt bekommen. Der Key für Leppisch in 2,29 Euro. Dass ich den Gaben mal etwas gönnen kann. Autorisieren. So. Viel Spass. Ja, den werde ich haben. Der Gaben wird sich so ein Ferrari kaufen können. Glück liegt im Key. Kommt das. Knifft noch ein wenig. Umkreisen. Steicheln. Kreisen, ja. Kameleon, wenn man um den Ding nicht geht, ist nicht mehr richtig kettig. Okay, gehen wir da auszuschauen, dass man kein anderes Kind mehr berührt. Und jetzt 3, 2, 1. Tack, tack, tack. Tack, τack, tack, tack. Knifft, knifft! Knifft! E? Famer, Sargent. Okay, der Bad. Der Gäben ist ja nicht gnädig. Scheissqualität. Ja. Einsatzeprobt. Oder... Norscheissiger. Norscheissig. Du musst noch mal in den Käse. Nein, jetzt hab ich kein Paramell. Krämpfspuren, ja. Dann holst du noch welches und dann hälst du uns. Dann holst du es daheim. Ich hab kein Paramell. Also gut. Zähler rausgehauen. Nein? Also gut. Du gehst noch einen Anweg jetzt um 11 Uhr in der Nacht. Jetzt kommst du zu, aber du brichst ein, holst dir ein PlaySafe. Dann gibst du alles aus den Käse. Also ja gut, wir sehen uns noch. Du kannst auf jeden Fall auch online. Ich hab's aufgeladen. Dann werden wir noch mal... Du hast doch einen Kreditkarten. Aber er hat die Schnauze gestrichen voll. Also gut, da ist es gewesen vom 10 oder 11 Abonnenten-Special. Danke für den Noel Marcel, der das vorgeschlagen hat. Leider sind es nicht 250 Kisten geworden. Also gut. Auch bei den 1000 Abonnenten wäre das das. Ja, mal schauen. Also schön, dass ihr zugeschaut habt. Aber 250 allein vom Tosmaschuh? Ja, die wären gespendet. Wer es noch nicht gemacht hat... Also gut, wir wollen euch ja nicht abziehen. Schönen Abend. Schönen. Schönen Abend. Ja. Vielen Dank.